Inge und Kim fahren zum Supermarkt. Hast du einen Euro für den Einkaufswagen? Fragt Kim. Leider nicht, aber ich habe einen Chip, antwortet Inge. Was müssen wir einkaufen? Fragt Kim. Inge sieht auf die Einkaufsliste. Äpfel, Zucker, Mehl, Reis, Nudeln. Sonst noch etwas? Fragt Kim. Milch, Joghurt, Quark, Butter, Käse und Kaffee. Kaffee ist heute im Sonderangebot. Inge nimmt vier Äpfel. Sie legt die Äpfel in einen Plastikbeutel. Siehst du hier irgendwo eine Waage? Fragt sie Kim. Kim blickt sich nach allen Seiten um. Nein, leider nicht. Das Obst wird an der Kasse gewogen, sagt eine ältere Dame und lächelt. Das Obst wird an der Kasse gewogen, sagt eine ältere Dame und lächelt. Vielen Dank für die Auskunft. Das war sehr nett von Ihnen, antwortet Inge und lächelt zurück. Gern geschehen. Ein paar Minuten später haben Inge und Kim fast alles eingekauft. Nun fehlt nur noch der Reis. Entschuldigen Sie, wo finde ich den Reis? Fragt Inge einen Verkäufer. Im dritten Gang, direkt neben den Nudeln, antwortet er. Vielen Dank. Inge bezahlt an der Kasse. Sie und Kim laufen zum Auto. Inge holt den Korb aus dem Kofferraum. Bringst du den Einkaufswagen zurück? Fragt Inge. Ja, gern, antwortet Kim. Zwei Minuten später sitzen Sie im Auto. Sie freuen sich auf das Wochenende. Ja, gern, antwortet Kim. Ich kann mich за den Kofferraum. Sie sind mit dem Kofferraum. Und ich bin im Auto. Sie ist mit einem Kofferraum.